Hallo, mein Name ist Sabrina Held und ich bin Ihre LG-Verkaufsberaterin für Schleswig-Holstein. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere neue, rassenspezifisch-Colhernie-resistente Sorte Archimedes vorzustellen. Colhernie ist ein großes Thema in den meisten Anbaugebieten der Bundesrepublik, besonders dort, wo die Fruchtfolgen sehr intensiv mit Raps sind. Durch einen starken Befall von Colhernie kann es zu sehr immensen Ertragsausfällen kommen. Aber nicht nur seine rassenspezifische Colhernie-Resistenz zeichnen Archimedes aus, sondern auch seine Fummer-Resistenz durch die Genetik des RLM7-Gens und auch seine Schotenplatzfestigkeit. Diese Parameter machen die Sorte sehr ertragssicher im Anbau. Abgerundet wird das Profil von Archimedes durch seine frühe Abreife. Somit Archimedes meine Empfehlung für die kommende Aussaat für Ihre Flächen mit Colhernie-Problematik. Das war Ihr Menschen heute Abend. Das war starst . Schmidt defektiviert das эта Sorte. 개 Florian Co. Wir sind hier eine Räuser. Wir sind hier in den letzten Räuser. Ich freue Sie 없는 Ausland und die Kommissionosi – Beteinf Estratik. Wie wir gerade auf infl dread, hożst das Inform credible adequate Mental Orgä funny mit Astra. Walauk, wo ist der einzige auch fällt? Was seit Anbau先生?